Die Mikrobiologie ist der wichtigste Themenbereich überhaupt. Die Mikrobiologie befasst sich mit Mikro, mit mikroskopisch kleinen Lebewesen, wie zum Beispiel Efen oder Bakterien. Es ist leider so, dass durch die Pulvarpresse Bakterien reißerisch mit Krankheiten, Seuchen oder Tod in Verbindung gebracht werden. Aber Mikroorganismen waren die ersten Lebewesen auf der Erde vor 3,8 Millionen Jahren. Mikroorganismen haben 2 Milliarden Jahre lang geschuftet, um die Erde mit Sauerstoff anzureichern, damit wir hier leben können. Die Mikroorganismen machen jetzt noch immer unsere Drecksarbeit und zwar machen sie die Verdauung in unserem Körper. Mikroorganismen sind notwendig für den Genuss. Ohne Mikroorganismen hätten wir kein Bier, kein Wein. Mikroorganismen sind in der Pharmaindustrie, in der Medizin, in der Industrie für unsere Zwecke tätig. Sie werden mir sicher recht geben, der heurige Nobelpreis für Medizin war vollkommen verdient. Und zwar hat den ein Forscher bekommen, der mit Mikroorganismen gearbeitet hat. Das zeigt, dass Mikroorganismen und die Mikrobiologie das Wichtigste überhaupt sind. Was ist mit dem Mikroorganismen, das ist mit dem Mikroorganismen in der Näheften und die Mikroorganismen, wie es Sie bettet América? Untertitelung des ZDF, 2020